Alles was man am Südwind verändern muss, sitzen. An sich was besonderes, weil es wirklich Geschichte hat, weil da die Ursprünge drinstecken, aber halt auch die Verantwortung dahinter, weil es da wirklich für uns, für die Firma, ein enorm wichtiges Produkt ist. Und das müssen wir natürlich behutsam, aber halt trotzdem konsequent schärfen. Für uns war einfach wichtig, dass der Kunde auch ein zeitloses Design bekommt. Wegweisend konzipiert verkörpert er die neue KNAUS Design-DNA. Modern, doch zeitlos. Hell, dynamisch. Das ist der neue Südwind. Wir haben tatsächlich jeden Grundriss komplett verändert. Wir haben alles in Frage gestellt, haben die Länge in Frage gestellt, haben die Breite in Frage gestellt. Mit 15 Grundrissen bringt der Südwind Qualität in alle Lebenslagen. Auf bis zu sieben Metern finden sie eine breite Auswahl an Wohnvarianten. Wir haben jetzt ganz, ganz neue Buchküchenvarianten integriert. Ein ganz neues Raumkonzept. Mit Koch- und Wohnbereich im Buch und einem großzügigen Bettbereich mit Raumbad im Heck. Dass das Fahrzeug vorher als Silver Selection an Ausstattung hatte. Am Großteil davon haben wir jetzt übernommen in die Serie. Optimale Basis, gespickt mit neuen Highlights. Die automotive Aufbautüre. Die integrierte Stützlastanzeige. Unsere KNAUS Cateye Evolution Headleuchte. Und... Beim Südwind gibt es wirklich ein eigenes Servicemodul, eine eigene Klappe, wo ein Frischwassertank dahinter sitzt, wo ich meinen Stromanschluss integriert habe. Und je nach Grundrisskonstellation sogar eine größere Klappe angeordnet habe, wo ich dann einen Stauraum daneben noch habe. Bleibt nur noch eine Frage. Jürgen, wie fühlt sich der neue Südwind für dich an? Wow! Über die Flügel hab ich mich. Über die Flügel hab ich mich. Versteiger. Versteiger.